servus und herzlich willkommen zu einem neuen video in capture one heute geht es um schwarz weiß konvertierung in capture one und wie ich knackige porträts in capture one mache gleich nach dem intro geht es los so dann schauen wir uns das ganze mal im einzelnen an ich habe dazu eine eigene registerkarte erstellt in capture one wie ihr das ganze macht das zeige ich euch jetzt mit der rechten maustaste hier drauf drücken und ein werkzeug register hinzufügen und nachdem es leider dieses schwarz weiß register nicht mehr gibt es früher standmäßig in capture one implementiert war müssen wir da ein benutzer definiertes machen da könnt ihr hier auch einen eigenen namen geben und ein eigenes symbol ich habe hier dann einige werkzeuge hinzugefügt unter anderem das ebenen tool das weiß abgleich tool schwarz weiß tool natürlich und dann diverse andere tools auf die gehen wir dann schritt für schritt hier ein ein schwarz weiß porträt ist für mich nicht einfach nur sättigung rausnehmen das schwarz weiß bild ist fertig sondern es muss knackig viel kontraste haben und richtigen punch haben und im endeffekt auch ein bisschen körnung das macht für mich auch ein schwarz weiß porträt aus ist nicht einfach nur entzettigen des bildes und fertig so wie es manche immer machen gut dazu aktivieren wir mal das schwarz weiß tool und da haben wir verschiedene farbregler mit den fabrikern wenn ich hinzufüge und wegnehme dann ändere ich eigentlich die sättigung von meinem bild im jeweiligen farbkanal bei porträts ist es aber eher so dass ich da dezent arbeiten muss weil ich dann sonst komische ergebnisse habe so wie hier jetzt das schaut dann nicht gut aus also eher dezent einsetzen bei rot oder gelb bei den restlichen muss ich dann schauen okay was habe ich für einen anteil in meinem bild beziehungsweise wie sehr greift es in meinem bild ein ich habe jetzt hier bei grün hier hinten im hintergrund war die fassade glaube ich ein bisschen grün und die kann ich hier ein bisschen beeinflussen diese war er zu verschmerzen das was meistens beim bildern eigentlich immer geht es beim blau regler und dann habe ich hier noch bei magenta bei diesem beispiel ist es aber eher so dass ich nicht so viel machen kann ich kann hier eher mit rot und gelb arbeiten ein weiterer bereich wo ich noch eingreifen kann in meinem bild das wäre mit dem weiß abgleich und es schaut euch das mal an was passiert wenn ich da den regler bediene wie sich das bild auch verändert da kann man schon ganz coole lux zusammen bringen und sollte man auch dezent machen bei in der einrichtung zu viel macht das bild eher zu dunkel und sieht da nicht so toll aus und bei anderen richtung habe ich dann eigentlich null kontrast mehr dann ist das bild eher flau das heißt dezent einsetzen dann kann man hier schon ein bisschen was machen des weiteren werde ich hier auch ein bisschen bei der helligkeit herunter setzen ich möchte das model ein bisschen raus stehen haben bei diesem bild kontraste kann ich hier ebenso ein bisschen mehr geben als sonst üblich und beim hdr tool kann ich hier ein bisschen die lichter zurücknehmen kommen hier auch ein bisschen mehr die sommersprossen vom model zurück was ich auch eben gesagt habe dass man beim schwarzer spd eigentlich meiner meinung nach körper kärnung auch hinzu das heißt wir haben das film konnten tool und da haben wir mehrere varianten welches korn wir hinzufügen können in den meisten fällen mache ich das mit dem silberreich korn weil ich hier ein eher weicheres korn habe und es eher dezenter wirkt ich kann das natürlich auch mit einem raum korn zum beispiel zeigen dann ist das schon ziemlich analog sage ich einmal und er trifft nicht ganz so meine geschmacken kann man machen aber meiner meinung nach reicht das vollkommen mit silberreich ja dann kann man ein bisschen die mittelkontraste noch erhöhen und das wäre hier gar nicht mehr so viel notwendig und dann gehen wir weiter in die tonwelt bei schwarz weiß gehe ich dann setze ich den schwarz punkt dann schon um ein eck damit man ein bisschen mehr kontrast rein bekommen und dann genauso auch bei den lichtern ich konzentriere mich bei porträts bei schwarz weiß porträts dann eigentlich auch eher auf das model wie sieht das model hier aus und brennt irgendeine stelle hier aus das heißt ich kann hier noch die belichtungswarnung einstellen kann ich jetzt da ein bisschen machen die parts die es mir jetzt da hier anzeigt in den tiefen die kann ich jetzt verschmerzen also ob ich jetzt im hintergrund beim haus noch zeichnung drinnen habe ist mir persönlich egal hier unten beim shirt wird auch keiner hinsehen und hinten beim hals wird auch keiner rein zum mann und wenn man sich das anschaut das heißt ich gehe hier mehr nach gefühl und nicht was mal der belichtungswarnung sagt und das passt dann in den meisten fällen meistens gebe ich dann noch mit eine vignettierung rein und habe mein porträt fertig mein schwarz weiß porträt ich zeige das jetzt dann noch bei zwei anderen porträts hier die hier vor einiger zeit einmal gemacht habe und da werde ich jetzt hier auch das ganze ein bisschen verschieben so schwarz weiß ist aktiviert und da werde ich mal schauen ok bei rot sollte ich ja dezenter sein oder eher ins helle schieben und das mache ich jetzt hier auch dafür kann ich bei den anderen reglern mal schauen ok grün habe ich ein bisschen beschwert brauchen nicht wirklich blau und bei magenta tut sich was er bis beim shirt dann kann ich jetzt hier noch schauen beim weiß abgleich was sich hier noch tut ok dahin der himmel wird jetzt dann noch nicht beeinflusst ich habe jetzt hier aber ein bisschen mehr beim gebäude sie übrigens hat die sitauer in wien lohnt sich mal vorbeizuschauen und sich das von unten nach oben anzuschauen dann kann man sehr gut fotografieren und jetzt gehen wir noch ein bisschen mit den mittelkontrasten ja genau da kann man schon ein bisschen was hinzufügen und dann gehe ich hier jetzt noch ein bisschen mit im bewölkten himmel damit jetzt ein bisschen noch kontrast rein bekommen kann ich hier mit den kontrast regeln ein bisschen arbeiten und zusätzlich noch ein bisschen mit den tonwerten spielen war jetzt gar nicht so viel machen und ein bisschen filmkorn dazu da gehen wir jetzt aber eher ein kugelisches korn dazu und wir haben hier auch wieder schwarz weiß konvertierung die auch ein bisschen was gleich gut bei dem bild würde ich jetzt hier aber noch einen kleinen zuschnitt machen und den schnitt dann ein bisschen mehr auf das model hier legen und sieht ja cool aus beim nächsten bild gehe ich dann genauso vor wie bei den anderen hier schaue ich aber wieder auf die haut vom model setzt das ganze hier ein bisschen rauf und dann gehe ich mit den blau reglern hier runter so dann habe ich hier jetzt noch ein bisschen was im shirt ok schauen wir sich mal an was ich da bei den kontrasten tut oder wir beim weißabgleich nicht so viel das heißt ich muss hier mit den kontrasten hier arbeiten mit der klarheit ein bisschen mehr hinzu und wenn mich der hintergrund hier ein bisschen stört das heißt ich gehe jetzt hier auch mit den tonwerten ein bisschen rein ein ganzes stück und hier auch mit den lichtern das sehe ich hier dass ich ein paar abrisse habe das machen wir dezenter schon mal ist dann okay und hier haben wir auch ein bisschen mit der viniere noch ein bisschen noch ein bisschen korn hinzu nicht viel und wir haben wieder drei bilder bearbeitet ich zeige dir jeweils im im als vorher nachher links vorher nachher bei der gelegenheit könnt ihr mir auch sagen was eure vorlieben sind habt ihr eher farbbilder oder schwarz weiß bilder lieber oder ist euch das egal kommt das jeden nach bildern bei mir ist das das ist eher so dass ich bei den bildern schon in der retouche schaue ok kommt es besser in schwarz weiß oder nicht voran und in dem in vielen fällen ist mir schwarz weiß eigentlich lieber als farbe obwohl ich grundsätzlich hier die farbbilder bevorzug aber in vielen bildern kommt schwarz weiß einfach besser rüber und wenn man da jetzt mit kontrasten und so arbeitet dann werden die auch richtig geil ja schreibt sie in die kommentare wie eure meinung dazu ist wenn euch das video gefallen hat gebt mir einen daumen hoch abonniert den kanal damit ihr keine videos mehr verpasst von mir und aktiviert auch die glocke dann werdet ihr auch benachrichtigt von youtube dass ich ein neues video hochgeladen habe als einem der nächsten videos werde ich natürlich auch architektur fotografie in schwarz weiß machen oder landschaftsbilder die waren heute jetzt einmal außen vor da werde ich beim nächsten video mal drauf eingehen und da auch ein paar bonus tipps dazu haben ja bis dahin beim nächsten video ciao